Auf geht's! So, wie gesagt, wir müssen erstmal das ganze Grün entfernen, damit wir irgendwo einen Überblick finden, wo es überhaupt blank geht. Was brauchbar ist und was nicht. Aber wie ich sehe, ist das gar nicht so einfach, wie man sich da denkt. Denn das Dingeln wächst kreuz und quer durch den Garten hier. Da weißt man wirklich nicht, was wo ist. Also drehen wir den ganzen Gärme um. Gucken, wie er von unten aussieht. Ey, Jesus! So, hier ist die ursprüngliche Wurzel. Das ist die ursprüngliche Wurzel. Boah, alter Verwalter! Irgendwie müssen wir hier einen Überblick kriegen. Den werden wir behalten. Wenn der noch lebt. Den können wir hier. So, eigentlich kann ja alles weg, weil so lange braucht der Ding ja gar nicht sein. So, jetzt wirst ich wohl nicht weiter. Also fangen wir einfach an. Was soll's. Fahr das Grün ab. Fahr das Grün ab. So, hier sieht's schon mal ganz schick aus, hier sehe ich gerade. Der kommt von hier. Na da, nach da, nach da. Ja, den lassen wir erstmal so wie er ist. Der kommt gleich. So, dann kommt da noch einer raus. Dann wird da natürlich zu Matsch. Der kommt weg. Ab dafür. Mit hier. Okay. Dann eben nicht. So. Das sieht er. Der bleibt, hatten wir gesagt. Der kommt weg. Der kommt weg. Alles kommt auch weg. Das kommt auch alles weg. Weg, weg. Jetzt kann davon bleiben. So, der kommt von hier. Oh, Jesus und Maria. Mein Gott. Ich denke mal, da wird wohl nicht viel übrig bleiben. Erstmal alles grün ab hier. Jetzt sieht man ja gar nicht, wo's lang geht. So, den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Den weg. 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 Alles ab hier. Alter Verwalter. So. Hier oben, das ist sowieso alles viel zu weit entfernt. Also, alles ab dafür. So. So sieht das Ding jetzt aus. Leute. Keine Ahnung, was ich damit mache. Ehrlich gesagt. Das Ding müssen wir erstmal irgendwie entwirren. So. 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 Hier ist komplett irgendwie. Das ist ne Wurzel. Das ist ne Wurzel. Das ist ne Wurzel. Ich kürze das mal ein. So. Auch ne Wurzel, Wurzel, Wurzel. So. Also. Ja. Der Bogen sieht schon mal interessant aus. Allerdings. 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 Hat hier so nen dicken Knubbel. Das geht natürlich gar nicht. Ähm. Und da. Nach hier. Nach unten. Wieder nach oben. Dann nehmen wir den weg. Weil der ist wirklich. Nicht so sorde. Der ist nämlich so ein. Dicken Knubbel. Digan ja auch so. Nicht so. ... ...